Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Horizon Forbidden West. Wir sind einmal an das Lagerfeuer schnell gereist und spielen Altholz. Wir müssen einmal die Maschinen im Wald erledigen. Wir haben dazu auch genau die richtige Waffe, schön mit dem Bohrstachel von hinten rein. Und ich freue mich, dass du mit dabei bist, mich unterstützt und wir hier zusammen spielen. Wie immer legen wir direkt los. Ich würde mich freuen, lass du mir ein Like, ein Abo und ein Kommentar da. Und jetzt sind wir ganz, ganz leise. Ein bisschen leise luzen. In den Arsch gestochen. Hoppa, ausgewichen. Möchte gern. Auch direkt ausgeschalten. Sehr gut. Das war ja entspannt. Wir sind halt inzwischen, glaube ich, ein bisschen zu okay. Für die Viecher. Oh shit, daneben gebrochen. Dass ich diesen Bohrstachel halt leider nicht wieder aufnehmen kann, gell? Hier ist aber auch, hier liegt viel rum. Aber es sind halt leider nur nutzlose Steine. Oder Leichen. Scheiße. Gib mir mal ein bisschen Loot. Das war Level 15. Wow, das war ja eigentlich, das war ja... Das ist nicht easy. Ich muss halt immer sagen, immer wenn sie nach Spuren suchen sagt, dann muss ich an den Schuh des Manitou denken. Ja, muss ich mal Spuren suchen, geh. Ja, ja. Spuren suchen, Spuren suchen. Das ist alles, was du kannst. Den ganzen Tag musst du nichts anderes als Spuren suchen. Spuren suchen, einfach einer der mitbesten deutschen Filme, die es irgendwo jemals gab. Und ich bin eigentlich kein so ein großer Fan von deutschen Filmen. So. Noch zum Pflänzchen hingeslidet. So, Spuren. Vorratslager. Heilige, heilige Nille. Was ist da denn los? Das ist bestimmt eine feindliche Basis. So, Spuren. Da haben wir doch Spuren. Wunderbar. Sie sind wohl den anderen Jägern tief in den Wald gefolgt. Damit kann ich meinen Beutel auffüllen. Perfekt. Noch ein Jäger. Der Krallenschreiter hat sie wohl gefunden. Ja, es sieht wohl so aus, ne? Okay, hab die Samentasche. Ich folge besser weiter den Krallenschreiterspuren. Jawoll. Spur markiert. Schon ein bisschen Leben mitnehmen. Ja, wollo. Echt traurig, dieser Pfad von Leichen. Der Krallenschreiter hat ihn erledigt. Zumindest habe ich jetzt seine Samentasche. Ich muss diese Maschine aufhalten. Ich sollte nach Spuren scannen. Gut. Drei Jäger. Sollte noch einer da sein. Den hat wohl der Krallenschreiter verfolgt. Ja, wo ist sie denn? Soll es zum Pferden. Sehr gut. Weiter geht's. Wenigstens können wir wahrscheinlich einen retten. Überreste. Maschinencode. Oh, was haben wir denn hier? Hallo. Cool. Da gab es echt viel Loot. Klebstoff-Rückstände. Spur ist immer noch markiert. Sehr gut. Weiter geht's. So geil, wie sie halt überall noch diese Krallen dahin gemacht haben. Echt cool. Diese Krallen und Kratzspuren am Stein. Echt stark. Hier ist wohl eine Kralle stecken geblieben. Cool. Ob wir dann Harzfallen machen können. Das wäre eigentlich auch ganz cool. Ach, krass. Hier enden die Krallenschreiterspuren. Vom letzten Jäger ebenfalls nicht zu sehen. Aber ich wette, ich weiß, warum diese Maschinen vor dem Spalt in der Klippe stehen. Ich sollte sie zuerst erledigen. Okay. 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 Mein Rucksack ist voll. Ich packe es in den Vorrat. Na, komm her. Ich glaube, ich kann die eigentlich alle still erledigen. Wahrscheinlich. Aber still ist ja nicht immer so unser Style. Come on, Aloy. Zieh, 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 zieh. Die wird nicht nachlassen. Perfekt. Geil. Direkt schon wieder was abgetrennt. Nice. Das ist doch, dass er angreift. Lass mich doch mal looten hier, Junge. Schlag rein da. Nice. Boah, ich dachte, einfach nur Zucker. So, wo treibt er sich rum? Komm her, Junge. Ich habe da mal was vorbereitet. Knapp daneben. Ausgewichen. Ach, ich schwimme. Bitte. Oh, die Kamera fickt mich gerade wieder hart. Ach, perfekt. Wir gleiten hinab, um einen kritischen Treffer zu verpassen. Und damit ist es auch getan. Jawohl, erstmal wieder so eine schöne Bohrstachel herstellen. Ja, äußerst einfallsreich. Und der Junge hat ganz viel Lot hinterlassen. Und zwar da hinten. Holen wir uns um jeden Preis. Nice. Die ganzen Schrotthaufen sind halt echt Zucker. Plus noch zwei mittlere Vorratslager. Uh, großzügiges Vorratslager wieder. Nice. 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 So, einmal ab in den Spalt hier. That's what she said. Haha. Bleib hier. Ich werde versuchen, seine Spur zu finden. Ich sag Bescheid, wenn... Lass mich das übernehmen. Geil. Geil. Ich kann ihn für dich aufhalten. Bleib zurück und warte, bis ich schieße. Pass auf die Krallen auf. Dieser Jägerkiller ist stärker als eine normale Maschine. Spur ist markiert. Naja, gegen was ist er verwundbar? Schwach gegen Schock. Ja, mega. Direkt ein paar Schockfallen aufgestellt. Bumm. Und gib ihm. Ernsthaft. Eins. Zwei. Und wenn der schwach gegen Schock ist, dann kriegt er von mir her auch die Diskos dann immer ins Gesicht geworfen. und ähm... Wir machen noch ein paar. Just for fun. Da oben läuft er gerade lang. Okay. Perfekt. Dann laufen wir rein da. Boom. Boom. Nice. Das ging aber schnell. Zack. Und der endet. Das war's. Geil, geil, geil. Hahaha. Das war ja gerade echt entspannt. Sehr cool. Ah, wieder hochgehen. Ich fliege zu dir. Das hat Spaß gemacht. Das war jetzt echt, äh... Echt tiefenentspannt. Ich dachte nicht, dass jemand das Ding töten kann. Ich bin Lau. Du kommst aus... Rheinklang, ja? Hat ein anderer Jäger es auch zurückgeschafft? Sahil sagte, es hätte noch jemand überlebt. Das muss Van sein. Er hat's geschafft. Ich freue mich auf sein Gesicht, wenn er erfährt, dass ich noch lebe. Geh ruhig zurück. Und danke für die Hilfe. Das Verlangsamen hat geholfen. Hier, bitte. Nimm das. Ich kann für mich noch eine herstellen. Aber hoffentlich nicht nach dem hier. Vorerst nicht. Cool. Neue Waffe. Noch ein Jäger kann nach Hause. Jetzt muss ich nun aus Sahil die Samentaschen zurückbringen. Cool. Eine Motion, die Klebeaufbau verursacht, ist jetzt in deinem Inventar verfügbar. Triff schnelle Gegner mit Klebstoff, um den verlangsamt Zustand aufzubauen. Sobald dieser Zustand aktiv ist, wird die Bewegung der Gegner verlangsamt, sodass sie sich leichter anvisieren und verfolgen lassen. Coolio. Schnellreise zurück. Bumm. Und dann haben wir die Mission eigentlich auch schon gleich wieder geschafft. Einmal schnell gespeichert. Und weiter geht's. Jetzt geben wir erst mal einen Haufen Samen ab. So ist es. Lau ist dann dir wieder zurück bei uns. Hier. Die Samentaschen. Ich sorge dafür, dass ihre Familien sie zur Pflanzung bekommen und zur Erinnerung. Lau und Wen würden dir bestimmt gern selbst danken. Du findest sie im Hain. Es war mir eine Ehre, Aloy. Möge das Land gut zu dir sein. Cool. Altholz abgeschlossen. Wunderbar. Vielen Dank für deine Unterstützung. Lass mir gerne einen Liken, Bewertungen, Kommentaren, ein Abo da. Ich würde mich riesig freuen und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Horizon Forbidden West Gameplay auf der Playstation 5 mit mir, dem Dennis, auf Deutsch. Bis dann. Tschüss.